Stahlgis-Joyster-Hachin-Planta Willkommen in Alicaccio. Wir sind in Bardos, hier. Wir sind Produkteur von Jus de Fruits. Wir präsenten Pommes, die wir in Jus de Pommes transformieren. Wir produzieren auch den Cola Basque und den Schkola. Der Projekt ist, diese Jahrzehnte, um eine neue Reihe zu entwickeln. Arima, Lame en Basque. Das ist eine Reihe von Bénäfische Gesundheit. Wir haben d'abord, diese Jahrzehnte zwei Produkte, die die Glacier sind. Thä Noir Pêche und Thä Vermante, in der Infusion von Stevia. Die Stevia ist cultiviert in Domeusen, in 15 km d'ici. Die Idee ist, dass wir den Konsumenten eine Säne, rafraichissante und produzierte localement. Ich bin seit 2013 auf der Familie, auf Aureg. Ich habe, während meiner Installation, ein Troupe von Brebis Manach-Taturus. Seitdem, ich verwende meine Produkte, meine Produkte, in fromage aus Soi-Rati. Heute habe ich ein neues Projekt. Ich habe ein neues Projekt, das zu setzen, ein Pasteurisator. Und die Produkte, mit einem Besteur zu geben. Ich wünsche mir einen Fert zu machen. Ich wünsche mir einen Fertig, auf den Fertig, auf den Fertig, auf den Fertig und auch auf den Fertig. Ich wünsche mir einen Fertig, auf den Fertig, auf den Fertig. Ich wünsche mir einen Fertig, den Fertig. Mein Projekt ist eine Produktion, eine Beste pättiante, Produkte aus dem Fertig, auf die Fertig, auf den Fertig, ich benutze, auf die Barcellen. Sie ist ein fernes Fertig, liegt ein Fertig, nah am Cidre. Sie sind ein Chargarnow, mit dem Vorteil, dass eine Säne, die zu gewinnen und viel Energie ist, werden zu werden. Sie werden geschlafen in Lokal, und in den ganzen Rezots, in der Amap, in den Magazin Produkteur und in den ganzen Bar-Restaurants, die sind sensibel und lokale. Behez Nadun Hasleaniz, Arberoako Ibarrean, Donostirin, Esponda Echaldean. Gure Projektua, es nearen valorizatzea da. Echaldean transformaketa, Tyler bat sortuz. Horriezker, Echaldearen aktivitatea eta segida nahi guntze, segurtatu. Laborantza biologikoaren urratza egindugu, behi gazna eta esnekiak eginen ditugu. Gure berezitasuna da, krema eta desertak egitea, behi esnea eta kalitateko osagaia kautatuz. Izan esne opila, esne irisa, xokoletazko kremak eta abar. Gaznetan, gazna fresko eta guri nak eginen ditugu. Gure etxeko ekoizpenak, zuzenean saldu nahi ditugu etxetik eta lekuko merkatu batean, Baita Eleta CCI Billo Laborratan. Baita Eleta Eleta, circuito laboratan. Baita Eleta 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 coexistaitu urbain izana . Bai Baita Eleta Eleta lautatrainIRAS partitionzantzatua den aurreta gelonne. Baita Eleta Eleta Eleta, auspildo ki bair command explodedرو izeat eta Eleta Eleta Eletatrain, boszarela egotitera, biraz arte dayan araboa aurrata beschattu Fragen태ność bed� orda urkao man administratorsaowychunda da. und wir haben einen Wettbewerb an, neben der Produktion des Ateliers. Der Projekt ermöglicht, um den Laid-de-Vache-Locale zu gewährleisten, um ein Preis zu einem Ereleveur zu gewährleisten, und um Wettbewerb zu produzieren, extra-frains und zu einem niedrigen impact. Ich bin auf 10 Hektar, auf der Kommune von Lohitzin. Mein Projekt bedeutet, dass eine Bremse-Kosmethik-Bio-Bereich produzieren. Ich bin auf diese Kultur, weil sie eine sehr interessante Wettbewerb ist, und sehr interessant. Es gibt keine Entrance in Chemie, also ideal in der Küche Biologie. Und ich habe vorgeschlagen, die Grainne, die Schänevis, für eine Erleuchtung. Und ich möchte, für meine Grainne, die ich auf die Erleuchtung auf die Erleuchtung, auf die Erleuchtung, auf die Erleuchtung, auf die Erleuchtung, auf die Erleuchtung. Mein Moduskern, das sind in Biologien, in die Erleuchtung, in die Erleuchtung, in die Erleuchtung, in die Erleuchtung, für jeden und jeder. Ich bin Produkteur des Kiwis auf eine kleine Exploitation in Guiche. Das ist lange, dass unsere Unternehmen Clean Kiwis commercialisieren die Kiwis aus einer 20er Jahre von Fremden, die keine Pesticide benutzen. Unsere Rechstattung auf die Erleuchtung der Erleuchtung ist permanent. Das ist in diesem Sinne, dass wir den Projekt installiert ein Laser für die Erleuchtung für die Erleuchtung und die Strecke verwendet die Erleuchtung. Das System hat keinen Dächt für uns, aber auch für den Konsumenten. Es ermöglicht die Erleuchtung der Erleuchtung der Erleuchtung und die Erleuchtung der Erleuchtung der Erleuchtung. Es ermöglicht von der Erleuchtung für uns, die Erleuchtung die von uns, die sich für uns das ist, die Familie auf die Kiste Auf der Erleuchtung von der Erleuchtung auf die Erleuchtung auf den Bühnen aus der Erleuchtung Ich möchte mich mit einem Moulin an Meule-Pierre das ermöglicht, um eine Qualität zu produzieren, während ich autonome bin.